Wir sind hier in meiner WG in Duisburg, wie man sieht eine Luxus WG. An dieser WG ist eigentlich jeder Raum spricht für sich selber und hat seinen eigenen Luxus und seinen eigenen Flair. Es gibt sehr wenige WGs dieser Art und viele WGs sind mehr oder weniger absteigend. Ich habe mir gedacht, ich mache mal was anderes für die jungen Leute, dass man sich auch in einer WG sehr wohl fühlen kann und auch im Luxus leben kann. In der Küche ist das Besondere, dass wir einen sehr großen Kühlschrank haben und eine sehr schöne Kochlinsel und dass das halt offen gestaltet ist. Hi, ich bin Emily, ich wohne hier seit ein Jahr ungefähr und am besten finde ich die Dusche. Ich heiße Stefan, ich wohne auch seit einem guten Jahr hier und mir gefällt am besten die Badewanne natürlich. Hi, ich heiße Doha, ich wohne ungefähr seit neun Monaten und das Beste finde ich mein Zimmer und die Küche. Die Küche sind vierte und das BedeutINGS berself, aber kein Herde. Untertitelung des ZDF, 2020